so hallo und willkommen im Kriegssimulator 2016 wie ihr seht werden wir schon krass bombardiert und natürlich ist das Kölsch, ich will immer noch Level 2 in der französischen Gemeinde jetzt gehen wir erst mal ein paar Croissants kaufen oja Croissant wii wii Croissant aus dem Parkett schau mal ich hab mich gesündet hab von hinten von vorne kennst du du ja ich bin Hacker ja selbst in der Ville wo man nicht gegeneinander spielen kann ich mach ja einen der OP ist und der die Hacks hat ich hätte mich eventuell heiden sollen ich bin nicht sicher eventuell ich renne also nochmal zurück in den Safe Room ja komm warte ich komm mit nicht dass ich gleich irgend so ein böser Zombie überfällt und dein ganzes Geld klauen möchte falsches Spiel oh nein, du musst mich verraten und dann wieder Geld klauen falsches Spiel ich erklär dir nachher warum sooo, Herr Albrecht, wir kommen zurück zu den Nerven das ist so dumm aber ich wusste nicht, ich wusste einfach zurückrennen das liegt mir auf dem Schlagstuhl im Übrigen das sind sehr stabile Gartenschüle die halten sogar Schüsse aus pass mal, pass mal, ich weiß nicht wie das geht also neues im, äh, im Store im Übrigen unzerstörbare Gartenschüle die sogar Kugeln aushalten und unzerstörbare Tische die man einfach nur so durch die Gegenstücke extrem leicht nimmt mit einer Machete mit einer Machete mit einer Machete wie kann man draufhauen, soviel man will dann stehen nicht mal Kratzer also wer sich diesen Gartenstuhl wer sich dieses Garten-Set nicht zulegt ist selbst schuld ne ehrlich, was ist denn voll die Verkaufsschau hier ok unzerstörbare Gartenschüle unzerstörbare Gartenschüle der Gartenschüle ist zerstörbar ich hab ja schon drei Löcher reingeschossen ja, wenn ich doch einen anderen Merchandise der ist unzerstörbar aber der Stuhl, der ist auch gut, der ist auch unzerstörbar und man kann ihn sogar mit nem Schuss umdrehen also das nicht ok vergleichen wir das weil es sind Löcher drin pack aufs drauf pack aufs guten Scheiß ja unzerstörbare Renanten unzerstörbares Garten-Set was ist nächstes so wieder leichen ich mach dir die Hände vor so das wird gleich vorbereitet und ich bin mir ein bisschen das ist ist ja ja ok die Autos hier würde ich aber nicht kaufen verkaufen diesen der Qualität also ich hab ne Waffe 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 es war für die Waffe gleichseitig ab abfeuer die Waffe auf 51 also wenn man so nachdenkt wird immer ein in den Lauf geladen ach so ok Hilfe wo gehen da da ok Hallo Jockey das schafft ihr schon das schafft ihr schon also ich hab den Jockey noch getroffen Jockey nur die ganzen Stangen getroffen hab ich so gefühlt muss mal kurz telefonieren ok ok das ist aber heftig so es klingelt es klingelt so jetzt ist mir was ja verdammt ich möchte auch gehen ok jetzt muss ich neu wählen warte ich helfe dir mal so abgewählt es klingelt das war zu viele Zahlen ich bin heute guck mal ob er angeht ah nur die Mailbox ok hallo Tobi alles klar bei ihr steht eh hast du morgen Zeit ich hoffe ja tschüss Charger bediene ich nicht wir sind Waffen ich glaube ja ich glaube was war denn eine Mariene hey bezahlen was denn ich habe nichts gekauft oh ok ich sag für was bezahlen was ich nicht für gekauft habe ich dachte du hast dir was genommen ich dachte du hast dir was genommen ich hab noch mehr Untersteller überrascht auf 3.000 km für aufschlopfen ja oh B der Tische und da ist eine Munition und ein Boomer und ein Boomer und ein Smoker ist er schon tot? nein nein aber jetzt Achtung Brandgeschosse hier oh Brandgeschosse hier lag auf dem Megatisch jetzt wird gezündelt jetzt wird gezündelt jetzt wird gezündelt obwohl im Chat gerade stand feuerfrei ups pfff und sie hat feuerfrei gemeint aber jetzt wird gezündelt gesagt jetzt wird gezündelt ich bin falsch ich bin daneben gesprungen ich bin ich bin das ist der Ort so können die 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 wir sind die wunderbar nach der die die ich bin 3 auch aus der Woche schnell brauche ich werde noch für Darmus 8 hat durch du bist du das ist eine der Zeitpunkt er hat die Bildung des Bildes das war es noch nicht Prozent bis später für später so was dann ist schon bei den Siegern Stil so angeschossen und sich auf mich wo es wieder so wie er sich über 30 Tropfen gesehen das ist aber zu viel noch zu sabbern waaah ich zieh das mit mich gerade magisch an hab ich dein Gefühl das war schon eine tüße Spitte der auf dich gespuckt hat das war schon mal der gleiche nein das war anders ist ja gestorben Vorsicht Lade Munition Lass mich mal hier durch ich hab keine Lust mehr ja ey sehr stolz Zombies ich lakier die ersten Zombies die anderen flüchten aufs Dach Hilfe helfe oh ok kann man nicht runter ich ruf mich dazu ich wollte den schnelleren wegnehmen Mann Hacking nicht erlaubt warte mal an der Detraktor ja ich hab nur als Zug keine Rolle auf keine Rolle war doch eben war doch erst vor einem Monat eine Monat wir haben April ja ja ich hab Zeitgefühl für ich hab das Zeitgefühl ich hab das Zeitgefühl eines Steins aber schon das ist schon du musst dafür ich geh ja schon ok da gehst du halt du bist jetzt so allein Lade 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 ich spazieren und so ein schönen Tag mit und Moni Lade 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 ich bin schon längst üben okay alles ich bin der die Waffen durchruft eine Gitarre und du sagst hier noch nötigen Scheiß jetzt hat er mich angeschossen er und erweilen ich sehe nix und Heizofen und wird er in den Euro Heizofen zum Weg zu zum Ding für die Heizung Euler ich gehe hier rein okay wo muss weitergeht da rein und okay wir sind gewehrt ich lade nach den nehmen ich jetzt auch wieder ich bin mir schlecht ich stehe nicht meine Waffen immer wenn neue Waffen und bei einem anderen Bild ist ich finde die Waffen nehmen sehr cool in diesem Spiel so schade finden im spiel ist dass man nicht mit jeder waffe so viel ziehen kann mit der sniper ja stimmt machete fliege mal waffen rum und volle macheten nur kein einziges messer und voller über den nächsten feld neben dem feld sie mich an dem wald immer ein laufend im spiel das wird ermöglicht wenn ich sicher Hallo? Hier kommt ein Boomer! Da, hier sieht man sich in den Blühspur auf dem Prinz Spritzer. Guck mal auf den Balkon. Yeah, hey. Uh, okay, geht da runter. Der hat in die Bauer, wenn wir nicht so in die Steak verstecken können. Hier ist Munition! Wenn man da schon drauf springen kann. Na, der nachwarten. Hier zum Beispiel schon Munition. Dann guck mal eine Kettensäge. Und Bestbeschläger. Rennen, nennen, 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 nennen. Rennen, nennen, nennen, nennen. Rennen, nennen, nennen, nennen. Aua! Ich renne da mal ein bisschen. Nichtsмотр subject. Ender! Mindsrender! Möge ich das hätten! dann ich habe kein Ränderprogramm und zu zweitelten Auer 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 Anilfeiligstelle nicht mit der Kettenbewegung die Schleifte und Ränderjus mit dem Granatwerfer auch genau um ich sag's mal so, wir stand da wie Donkey Kong wenn er nichts zu tun hat immer weiter schießen ok ok Alice wie lange soll ich schießen nach ich habe mich selber angezündet wir sind das aber vollkommen egal nein, hier sind wir unwichtig auf die Toh und kann hier echt nichts gleichkriegen sie meint sich war mehr als du ein paar mehr, ja, wie viele habe ich gerade nicht gesehen denk schon, Junge, Ben in dein Gesicht hängt du musst mir denken, ich habe ihn angezündet und auf ihn drauf geschossen von Fagenziner ja, das heißt, du habe ich bisher gesehen du hast du alleine gemacht ja anscheinend ja Coach und Rochelle haben nichts gemacht ich war halt um die Ecke ich kam da nicht zu wie habe ich... ahja, das ist Kitzige ok so Thorsten ja willst du mit dem Tipp ja sag wir spazieren jetzt und die AK warum nicht die M16 äh wir müssen laufen du kannst dir hier drin gern häuslich einrichten äh, nämlich die AK die ist auch gerade voll weil die M16 wäre jetzt nicht voll gewesen weil wir müssen jetzt laufen das ist ein besonderes Finale oh, hier müssen so noch mehr Waffen guck mal der M16 ok, wenn hier in der M16 liegt M16, komm her ok, dann gehen wir mal zum Finale bist du bereit? ja gut Coach Rochelle, seid ihr bereit? äh, und wie ging der Chat nochmal kommst du? warte mal wir sind vier am Westen der Sprache ich hab nicht Schiff, nicht Steuern, nicht Bündnis, Taste wenn das Taste Motschaft wir müssen mich in den Kasten lassen äh, V, C keine Ahnung ich würde sagen, wir sind mit dem Militär, wir sind da, wie geht's ja darf ich ja, drück Warten vor ist gewonnen wenn es den Grund ist ok letzten Mal mit zuerst der Kettensegel die wird wohl erstmal reichen Lohrl sein Volk hat das was so gut ist geht 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 schutz ich bin und ihn und der die ich habe ich habe denn 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 wird alles hater er hat wenn das für die jahre das war doch wenn ich nicht mehr aber auch bei uns in den selben Weg den selben ja auch so Ja, ich hab vergessen, dass ich da hoch muss. Wow! 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 Kannst du mal die Zombies hinter mir wegschießen? Dass ich ihn nur berufe? Alter, doch! Der steht einfach da rum! Das musst du bei mir sehen! Das musst du bei mir sehen! Ich bin Charger gerade in die Ewigkeit. Ich weiß, dass wir den Namen gesehen haben. Okay. Muss aufhören, schwingen. Ich wäre da eben bei einer Wunde gefallen. Was macht rein? Ganz vorne, oder was? Ganz vorne, oder was? Jetzt hat mich verlangsamt, eigentlich. Genau. Das finde ich gelervt, deswegen. Gib mir mal eine neue Waffe. Oh! Hab ihn! Ich meine das hier nicht. He-He-He-He-He-He! He-He-He-He-He- 행- Ich dachte, das mach er episch! Ein Versuch ! Ich dachte das wäre epic. Fl arbitrat pre- ow! Ich hab seinen Versuch! Dann Kenn... , des EMP X... Da kommen sie... da wird schnell vom Hunter gepackt ich würde sie sie nie lassen sollen um Zeitverschwendung wir helfen uns aber auch los ist da, lang, gut geh hier, ich geh eh schon den heavy Weg, der gefährliche gut, und wie geht's jetzt weiter da? hehehe Boomer! Meine ganze Optik ist Dich! Ok, ich soll hier runter gehen er kickt dich runter besser nicht wo der ist, aber ich schieße einfach mal in die Richtung, die sind richtig vor dir er wird Autos er wird Autos er wird Autos das ist viel zu eng dafür das war eng, viel zu eng für den die Arme Sorte der 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 Arme Sorte stören wollte zerschießen von einem äh, der Däger so wie Waffen er würde auch nur er ist hier Adrenalin mitnehmen nicht Adrenalin nehmen also die bombardieren alles bis auf die Brücke auf der wir drauf sind und die Zombies ja nein, tun die gar nicht wir sind nur auf der Brücke an warum sind die die nicht, das ist ja das Ganze wir bombardieren alles außer den Zombies im Fall warum sind die Brücke bombardier und ich bin nur so, dass wir auf der Brücke drauf sind und und es ist nicht laufig ein und eine die anderen lieben er kannste nicht helfen an 2 2 hast du irgend so das Pipe oder so? Molli gut scheiß auf Couch knack ja Couch ist tot, geh rein knack knuss, nur scherl los, los, los Sommi, geh weg Sommi ist gleich weg, hast du noch Molli? ne ne, danke, gut so, ich hab mich noch verarztet echt ich hab einfach den Flamanzkasten der Hand genommen und angefangen mich zu verarzten im Couch, der ist jetzt ganz weg das ist in peace, Couch also das war mein Ende für Couch du hast jetzt erst Brückenfeuer bekommen ja ja ok das frage ich nicht zum gedenken an Couch dem Parish die Gemeinde soll ich sagen warte, du hast jetzt erst Kettenreaktion bekommen hm? bis jetzt erst Kettenreaktion ja, aber ich die Kettensäge so wenig aufhebe ja das war besser ja ha! weniger Verwandter kannst du weniger Schmerz kannst du weniger Asrenalin weniger 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 du hast 5 Volles geworfen, nicht 1 3 3 3 3 3 3 5 6 5 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 7 5 5 5 5 5 ja vielleicht nehmen wir irgendwann noch ein paar Custom Maps auf aber da entscheiden wir noch drüber, je nachdem wie die Maps sind ja ja und kein Tipp, eine wird es auf jeden Fall eine wird es auf jeden Fall noch geben da wird sogar jemand noch dabei sein mhm da waren wir euch schon mal vor mhm Vorwarnung und unser nächstes Projekt wird sehr interessant werden also von meiner Seite aus zumindest, weil Stefan hat da schon mehr Erfahrung drin in diesem Spiel ich weniger als ob das heißt, bei mir wird es immer sehr lustig werden als ob ja wirklich, wir haben es schon länger gespielt, schon ein paar Monate raus aber trotzdem ich hab da weniger Erfahrung drin ja ok Spoiler Ende bis zum nächsten Projekt nicht spoil kein Spoiler also bis zum nächsten Projekt und ich hab es heute euch gefallen weh nicht ich wäre schlecht wenn es euch nicht gefällt, dann kommen keine Customs-Webs mehr ne dann kommst du mit der Kettensäge als wenn wie Hater wie gesagt, Hater werden mit der Kettensäge bearbeitet womit ich meine Videos schneide also ich schau ich schau ich schau ich schau ich schau ich schau ok bis dann tschau